Mit einem VW-Käfer hat alles begonnen bei Otto Hofmann in Wallenfels. Den wollte Seniorchef Horst Hofmann einfach unbedingt haben. Und noch heute ist ein VW-Käfer so etwas wie das Betriebsmaskottchen. Die Firma Hofmann gibt es seit mehr als 50 Jahren. Wir haben also bereits 1960 mit der Reparatur von VW-Fahrzeugen begonnen. Mittlerweile sind wir hier in der vierten Generation tätig. Das heißt, ich bin die dritte Generation und die vierte Generation ist ja schon mit in Betrieb. Bis 2012 war Otto Hofmann Vertragswerkstatt für die Marken des VW-Konzerns. Dann haben die Wallenfelser auf freie Werkstatt umgestellt. Über 2000 Spezialwerkzeuge und vor allem das Know-how sind aber natürlich geblieben. Wir sind eine freie Werkstatt, wobei wir uns aber selbst Markenspezialist für VW-Audi sehr bis rota nennen. Wir arbeiten ausschließlich nach Herstellervorgabe, Reparatur- und Inspektionsarbeiten. Wir haben also auch von diesen Herstellern die Berechtigung, sogenannte sicherheitsrelevante Arbeiten durchzuführen. Zum Beispiel Freischalten von VW-Fahrsperren oder Software-Ansteuergeräten. Hofmann ist die einzige freie Werkstatt im Landkreis Kronach, die das kann und darf. Die Autos, die hier verkauft werden, sind handverlesen. Michael Hofmann sucht mit Vorliebe gezielt nach Rosinen. Oft reimportiert er sie auch selbst. So kann es ja eigentlich nochmal 50 Jahre weitergehen. Und wer weiß, vielleicht hält der Käfer bei der guten Wartung nur so lange durch.